Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Der heutige Tag bietet dir eine hervorragende Gelegenheit, neue Interessen zu entdecken und deinen Horizont zu erweitern. Vielleicht bist du kürzlich auf ein fesselndes Buch gestoßen, das dich in unbekannte Gefilde führt und dir neue Bereiche des Wissens und der Neugierde eröffnet. Oder wenn du in letzter Zeit lebhafte Träume hattest, versuche dich an die übergreifenden Gefühle und Themen zu erinnern, die deinen Schlaf durchdrungen haben. Wenn du über diese Erlebnisse nachdenkst, wirst du wahrscheinlich erkennen, dass sie ein emotionales Äcker sind, ein Überbleibsel der Erschöpfung, die sich in den letzten Wochen angesammelt hat und dich nun einholt. Wenn du dir ein wenig Spielraum gönnst, kann es sein, dass du mehr nimmst als erwartet. In diesem Fall empfehle ich dir, die Atmosphäre am Pool zu genießen. Schwimmen ist eine äußerst wohltuende Aktivität für deinen Körper und deinen Geist, und sie ist nicht teuer. Egal, ob du ein Anfänger oder ein ehemaliger Schulschwimmmeister bist, du solltest diese sanfte, schonende Sportart in dein Trainingsprogramm aufnehmen. Schwimmen verbessert die Lungenkapazität, trainiert deinen ganzen Körper und kann sogar zu einer Art Meditation werden, wenn du in Schwung kommst. Wenn das Wetter es zulässt, kannst du diesen Sport auch im Freien ausüben. Die nächsten vier Wochen haben das Potenzial, deine Karriere entscheidend voranzubringen. Nutze dieses Wochenende, um einen Plan zu entwerfen, der sich an deinen persönlichen Zielen und Wünschen orientiert und nicht an der Agenda eines anderen. Jetzt ist es an dir, die Kontrolle zu übernehmen und den Kurs für deinen beruflichen Erfolg festzulegen. Wenn du kurz davor stehst, eine neue Beziehung einzugehen, könnte die Energie des Tages dich innehalten lassen. Du könntest feststellen, dass die Person, die du gerade kennengelernt hast, heute ein anderer Mensch zu sein scheint, fast so, als würdest du dich mit einem Fremden unterhalten. Denk aber daran, dass ein gewisses Maß an Spannung und Konflikten ein wesentliches Element eines lebendigen und einnehmenden Liebeslebens sein kann. Sie halten die Dinge spannend und verleihen deinen romantischen Erfahrungen Tiefe und Intensität. In der großen Inszenierung deines Lebens stehen die Himmelskörper derzeit in einer Linie, die die Bühne für ein bemerkenswertes und außergewöhnliches Ereignis bereitet. Mach dich darauf gefasst, dass sich ein Wunder am Horizont abzeichnet, das dich mit seinem Segen beschenken wird. Dieses himmlische Geschenk kann sich auf unerwartete und wundersame Weise manifestieren und deine Welt mit Ehrfurcht und Faszination bereichern. Um die Magie des Kosmos in vollen Zügen zu genießen, solltest du dein Herz offen halten, eine positive Einstellung bewahren und die glücklichen Momente, die deinen Weg kreuzen, willkommen heißen. Wunder treten oft dann ein, wenn man sie am wenigsten erwartet, und mit unerschütterlichem Vertrauen in die Güte des Universums wirst du bald in das Außergewöhnliche eintauchen können. Übe dich in Geduld, bleibe hoffnungsvoll und erlaube dem Zauber des Kosmos, dein Leben in seinen Bann zu ziehen. Nach der gestrigen Sonnenfinsternis tritt der Mond heute in das beschwörende Zeichen Skorpion ein. Dieser Übergang führt zu einer Zeit des Nachdenkens und wichtiger Entscheidungen, denn die Entscheidungen, die du heute triffst, werden deinen Weg für die nächsten Jahre nachhaltig beeinflussen. Es ist wichtig, dass du dich mit deinen innersten Gefühlen verbindest, während du die Erkenntnisse der Sonnenfinsternis verarbeitest. Nimm dir Zeit, um über die beste Vorgehensweise nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die mit deinen Werten und Zielen übereinstimmen und die Weichen für deine zukünftige Reise stellen. Gehe mit Weisheit an deine Entscheidungen heran und wähle den Weg, der am harmonischsten mit deinem wahren Selbst übereinstimmt. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Die Zehn der Schwerter steht für ein Gefühl des Verrats, ein schmerzhaftes Ende und das Bedürfnis nach einem Abschluss. Diese Karte deutet darauf hin, dass du dich heute mit dem Gefühl auseinandersetzen musst, überfordert zu sein oder eine große Enttäuschung oder einen Verrat erlebt zu haben. Sie bedeutet, dass du an einer Bruchstelle angelangt bist und das Bedürfnis nach Heilung erkennst. Die Zehn der Schwerter ermutigt dich, zu akzeptieren, dass ein Zyklus oder eine Situation zu einem Ende gekommen ist, egal wie schmerzhaft sie auch sein mag. Sie erinnert dich daran, dass du den Prozess der Heilung und des Weitermachens beginnen kannst, wenn du die Wahrheit anerkennst und einen Abschluss zulässt. Neben der Zehn der Schwerter haben wir die Hohepriesterin. Diese Karte steht für Intuition, inneres Wissen und die Geheimnisse des Unterbewusstseins. Sie steht für eine Zeit, in der du tief in dich gehst und deiner inneren Weisheit vertraust. Die Hohepriesterin lädt dich ein, deine Intuition anzunehmen und in dir selbst nach Antworten zu suchen. Sie erinnert dich daran, dass du viel von deiner inneren Welt lernen kannst und dass du durch das Anzapfen deiner Intuition die Führung finden kannst, die du brauchst. Als letztes haben wir die Drei der Münzen. Diese Karte steht für Zusammenarbeit, Teamwork und das Bedürfnis nach Kooperation. Sie steht für eine Zeit, in der du mit anderen zusammenarbeitest, um gemeinsame Ziele zu erreichen. Die Drei der Münzen ermutigt dich, die Beiträge jedes einzelnen Teammitglieds zu schätzen und die Bedeutung der Zusammenarbeit zu erkennen. Sie erinnert dich daran, dass ihr durch effektive Zusammenarbeit erfolgreich sein könnt. Die Zehn der Schwerter, die Hohepriesterin und die Drei der Münzen bilden zusammen eine Kombination aus Abschluss, innerer Weisheit und der Bedeutung von Zusammenarbeit. Mach dir heute die Energie der Zehn der Schwerter zu eigen, indem du dir schmerzhafte Enden oder Enttäuschungen eingestehst, die du gerade erlebst. Erlaube dir, einen Abschluss zu akzeptieren und loszulassen, was dir nicht mehr dient. Verkörpere gleichzeitig die Energie der Hohepriesterin, indem du auf deine Intuition vertraust und nach inneren Antworten suchst. Nutze die Selbstbeobachtung als Mittel, um Führung und Verständnis zu finden. Kanaliere die Energie der Drei der Münzen, indem du Kooperation und Teamwork in deinen Unternehmungen schätzt. Erkenne die Bedeutung der Beiträge jedes Einzelnen und arbeite effektiv zusammen, um gemeinsame Ziele zu erreichen. Diese Deutung steht für einen Tag des Abschlusses, der inneren Weisheit und der Bedeutung der Zusammenarbeit. Nimm die Energie der Zehn der Schwerter an, indem du Abschlüsse akzeptierst und Heilung zulässt. Nutze die Intuition und die innere Führung der Hohepriesterin, wenn du nach inneren Antworten suchst. Nutze schließlich die Weisheit der Drei der Münzen, um effektiv mit anderen zusammenzuarbeiten und bei euren gemeinsamen Unternehmungen Erfolg zu haben. Erinnere dich daran, dass du durch das Anerkennen von Abschlüssen, das Vertrauen in deine Intuition und die Zusammenarbeit mit anderen den Tag mit einem Gefühl der Heilung und des Fortschritts in deinen persönlichen und gemeinschaftlichen Unternehmungen bewältigen kannst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017